Es war ein beeindruckendes Fußballfest. Der TSV 1860 gewann bei einem der Spiel gegen den arabischen Klub Al-Charles Zierer mit 4 zu 2. Kein reiche Zuschauer, vor allem Löwenfans, aber natürlich eigentlich fast jeder, der sich in Freising auch nur irgendwie mit Fußball beschäftigt, sich irgendwie mit Fußball interessiert, war gekommen, um diesen einmaligen Kick in der Domstadt seine Aufwartung zu machen. Und alle kamen ja dann tatsächlich auf ihre Kosten. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde hier in Freising, begrüßen wir die beiden Mannschaften, unsere Gäste aus Abu Dhabi, das Team von 1, 2, 4 und begrüßen Sie bitte, bitte Münchens große Liebe, hier kommt der TSV 1860 München. Applaus Martin pone Das war's. Applaus